Ich bin ein Elch. Er ist ein Elch. Teppichgrün. Hallo zusammen und willkommen auf meinem eigenen Channel, der genauso heißt wie ich heiße. Das seht ihr oben. Ist ja einfallsreich. Ich hab 10 Tage dafür gebraucht um diesen Namen zu erfinden. Ich hab ihm dann alles aufgeschrieben und dann hab ich mir ausgesucht. Dann dachte ich mir, okay, dann nehme ich einfach diesen außergewöhnlichen Namen. Also den Namen, den ich eigentlich auch habe. Voll cool, oder? Das ist ein Elch im Hintergrund. Ab jetzt gibt es auch auf diesem Channel Videos. Ab und zu, vielleicht nicht so oft, ich muss gucken wie ich dazukomme. Ihr werdet euch jetzt fragen, ey wozu brauchst du noch einen Channel? Ihr habt doch schon 100.000 Stück. Ich weiß nicht. Dafür hab ich ehrlich gesagt keine gute Erklärung. Aber ich wollte einfach einen Channel mit meinem eigenen Namen. Das ist voll cool irgendwie, oder? Hab ich auch! Er hat auch und er wird auch Videos reinstellen irgendwann, wenn er Zeit findet. Was ich auf diesen Channel reinstellen werde, kann ich euch verraten. Das wird nichts Besonderes sein. Ihr braucht da keine Hollywood Production zu erwarten. Es werden einfach so ganz einfache Videos sein. Ihr könnt es auch ruhig schlecht bewerten, wenn es euch nicht gefällt. Oder wenn ihr was cooles erwartet, dann könnt ihr auch gleich deabonnieren. Kein Problem. Ihr braucht die Videos nicht anzuschauen. Wenn ihr sehen wollt, was wir so treiben, wenn es langweilig ist. Dann könnt ihr hier auch vorbeischauen. Und ab und zu wird es was geben. Oder? Ehrlich? Sehr ehrlich für Rocks! Kommt zu meinem Konzert! Kannst du da Sound einbauen, als wir die spielen können? Nein. Mach es trotzdem. Okay. Das sieht richtig beschissen aus. Du hast keine Zeit noch einmal. Nein. Okay, dann seh ich blöd aus. Ein stolzer Ehrlicher weiß, wofür er geboren ist. Stehst du mit deinen Scheißsocken auf meinem Bett. Auf meinem sauberen Bett. Aus dem Fenster. Leg mich am Arsch! Ich geh andere Leute nerven. Also Leute, wir sehen uns bald. Halleluja in der Falle. Komm, zeig euch lieber. Tschüss. Was hab ich hier Neues? Was hab ich Neues? Wollt ihr meine Kleidung sehen? Bestimmt. Also das hier ist meine Kleidung. Kennt ihr diese Hose? Oh, wer ist denn der Hater? Oh, das ist doch bestimmt einer von den Außenseitern. Ach nee. Oder? Okay, das ist eigentlich. Du hast meine Unterhose angefasst. Was gibt's noch? Also das hier ist mein Schrank mit Kleidung. Weißt du? Mein BH. Ich bin ein trauriger Elich. Ein sehr trauriger Elich. Sehr spannend. Das ist der spannendste Channel aller Zeiten. Heilig. Wow. Überraschend gut. Das ist zu viel für einen Anfang. Das ist einfach unbeschreiblich gut. Zu gut, oder? Das Video war zu gut, oder? Sagt Bescheid. Zu gut. Sag mal, wo sind die ganzen Mädchen? Einfach. Zu gut. Ja genau, wo sind die ganzen Mädchen Leute? Hm? Mädchen, wo seid ihr? Mädchen! Hallo? Hm? Mädchen! Ah guck mal, ich wollte euch meine neue Hose zeigen. Die ist so richtig geil. Die habe ich noch nie angezogen, aber die ist so richtig geil. Sieht ihr? Ey, das ist mein Channel. Mein Channel, nicht deiner. Guck mal, ich hab neue Hose. Er hat eine neue Hose, Angeber ey. Sieht aus wie so eine Bauernhose. Hallo? Bauer. Soll ich euch mal die krasseste Hose zeigen, die ich mit 15 gehabt habe? Also nicht lachen, okay Leute? Nicht lachen. Also diese Hose hatte ich mit 15. Aber ich dachte ich krieg dafür Respekt. Eigentlich sieht das jetzt gleich witzig aus. Tada! Du bist so breit, Alter. Schau mal. Schau mal. Hast du dich versteckt oder hast du das als Schlafsack benutzt oder so? Das ist mein Arsch. Er war Gangster, weißt du? Ich war, ich bin ein Ex-Gangster. Also man kann die Hose ruhig als Schlafsack benutzen oder so. Oder als Zelt aufbauen. Also auf jeden Fall kauf mal eine CD, Mann. Genau, auf dem Album gibt es ein Lied. Das heißt, ich bin ein Elch. Und 12 Remixer davon. Genau. Ich bin ein Elch. Dieses Lied heißt, Goodbye. Ehrlich. Ehrlich. Goodbye, Ehrlich. Das war doch ein guter Abschluss für das erste Video auf meinem... Achso. Goodbye, Ehrlich. Das war doch ein guter Abschluss für das erste Video auf meinem eigenen Channel. Schaut vorbei. Viel Spaß. Wir sehen uns noch. Ciao.